Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Das Sportliche, das gibt es später mit Norbert König. Guten Abend. Und die Nahost-Eskalation, die bleibt Nachrichtenbestimmendes Thema. Hunderte Luftschläge. Israel bereitet seine Bodenoffensive auf Gaza vor. Und wabnet sich dafür mit Einheitsregierung und Kriegskabinett. Arbeitspflicht für Asylbewerber. Unter anderem das fordern die Bundesländer, um die Herausforderung der Migration besser stemmen zu können. Und mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Ein Lohnplus von 10,5 Prozent verlangen die Gewerkschaften für die Beschäftigten der Länder. Tag 5 seit dem Terrorangriff der Hamas mit mindestens 1200 Toten und 150 Entführungen. Ein Tag, an dem israelische Regierung und Opposition ein gemeinsames Kriegskabinett beschlossen haben. Möglicherweise auch Indiz für eine kurz bevorstehende Bodenoffensive. Und während sich die Situation im Gazastreifen nach israelischen Bombardierungen verschärft, gibt es auch in Israel immer wieder Bombenalarm, wie in diesen Minuten im Norden. Mehr von Luc Walpott. Sicherheitsalarm am Abend im gesamten Norden Israels. Aus dem Libanon drangen mehrere bewaffnete Drohnen auf israelisches Gebiet vor. Von der schiitischen Terrororganisation Hezbollah gab es bislang keine Bestätigung für die Angriffe. Eine weitere Verschärfung der Lage, so scheint es. Bereits am Morgen hatte das Sicherheitskabinett und der Regierungschef Netanjahu weitere Schritte beraten. Am Abend dann trat die Opposition einer Notstandsregierung bei. Ein Kriegskabinett soll Israel jetzt führen. Rund um den Gazastreifen im Süden des Landes setzt die Armee ihren Aufmarsch fort. Tausende Soldaten reservisten schwere Ausrüstung. Und auch die Bombenangriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen dauern an. Die Zahl der Toten dort steigt. Die Versorgungslage ist dramatisch. Die Krankenhäuser sind überfüllt, nicht nur mit Verletzten, auch mit Schutzsuchenden. Unser Haus war gleich neben der Universität und dem Finanzministerium. Es wurde um eins heute Nacht getroffen. Aber wir hatten Glück. Der rote Halbmond hat uns in einem Konvoi hier ins Hospital gebracht. Als Anlaufpunkte für die Menschen werden auch Schulen genutzt. Aber auch sie sind inzwischen überfüllt. UN-Hilfsorganisationen versorgen die Menschen. Die Vorräte gehen zur Neige. Unterdessen begräbt Israel seine Toten. Nach neuesten Zahlen, 1200, viele Leichen müssen noch identifiziert werden. Wir helfen hier, ein Grab auszuheben für einen unserer Soldaten. Ein Land vereint in Schock und Trauer. Michael Bewerunge ist für uns in der Nähe des Gazastreifens. Michael, israelische Regierung und Opposition tun sich zusammen, bilden ein gemeinsames Kriegskabinett. Was liest du daraus ab? Na ja, das ist ein erster Erfolg, politische Einigung zu erzielen. Es wird eine Art Kriegskabinett geben. Ein Triumvirat aus Benjamin Netanyahu, dem Verteidigungsminister Galland. Und dann neu einem der starken Männer, Benny Gans, Ex-Verteidigungsminister und Führer der Partei Nationaler Einheit. Das ist ein Signal nach draußen. Allerdings fehlt der Oppositionsführer, der Führer der stärksten Partei, Jair Lapid. Der hat gesagt, ich gehe nur in diese Regierung rein, wenn die extremistischen Siedlerparteien rausgehen. Michael, vielen Dank bis hierher. Du stehst aktuell in Be'eri in der Nähe. Da haben sich schlimmste Massaker ereignet. Das israelische Militär hat dir diese Orte heute gezeigt. Wir wollen gleich weiter darüber sprechen. Verschaffen uns aber zunächst einen Überblick. Nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt liegen die Kibbutze Be'eri und Re'im. Dort fand der Terrorüberfall der Hamas statt. Und Axel Konrad fasst jetzt einige Bilder dieser unvorstellbaren Geschehnisse für uns zusammen. Als die israelische Armee am Sonntag den Kibbutz Be'eri befreite, fand sie einen weiteren Ort des Grauens vor. 17 Stunden lang hatten die Hamas-Kämpfer hier gewütet. Am Nachmittag konnten auch Journalisten an den Ort und mit den Soldaten sprechen, die drei Tage mit den Terroristen gekämpft hatten. Wir dachten schon, wir hätten den Ort befreit. Doch immer wieder kamen Gruppen von Terroristen aus ihren Verstecken und griffen uns an. Es war ein sehr verlustreicher Kampf. Die Überwachungskamera am Eingangstor zeichnete den Beginn des Angriffs auf. Die ersten Kämpfer kamen um kurz vor sechs. Das erste Opfer gab es nur Sekunden später. Die Terroristen gingen von Haus zu Haus, erschossen die Bewohner oder verschleppten sie. Was der Kommandeur hier vorfand, kann er kaum in Worte fassen. Ich bin fast 40 Jahre Soldat, habe in allen Kriegen gekämpft. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Menschen, Kinder wurden erst gefesselt und dann enthauptet. Das hier, so der Offizier, sei kein Krieg, kein Schlachtfeld. Es sei ein Massaker. Noch mal zu Michael Bewerunge in unmittelbarer Nähe. Der Ort, an dem diese unfassbaren Dinge, die wir gerade gesehen haben, geschehen sind. Michael, bitte teile deine Eindrücke mit uns. Was hast du dort heute erfahren? Ich stehe hier in Beiri. Man sieht viele Panzer im Hintergrund. Die Armee hat uns Journalisten heute mitgenommen hier zu diesem Ort. Und es ist so unglaublich, was hier sich ereignet hat, was wir von Soldaten erzählt bekommen haben. Beiri ist eine Geisterstadt. Manche Häuser sind zerstört von den Kämpfen. Es liegt noch immer Leichengeruch in der Luft. Und ich habe mit einem Soldaten gesprochen. Er hat mich zur Seite genommen. Er sagte, ich war als einer der ersten Kämpfer hier. Ich habe selber Kinder gesehen, die enthauptet worden sind. Kinder, denen mit Kabelbindern die Hände zusammengebunden worden waren, die in ihren Schutzräumen erschossen worden sind. Also selbst die hartgesotten Soldaten hier, die viele Schlachten geschlagen haben, sagen, so etwas haben sie noch nie erlebt. Der Soldat sagte, bitte erzähl das der Welt. Viele Vergleiche würden gemacht und viele würden nicht zutreffen. Aber ihn würde das schon an einen Pogrom des Holocaust erinnern. Jetzt hier, man hat es gesehen hinter mir, ist Beiri ein einziges großes Militärlager. Wir haben hier hunderte Soldaten und Panzer gesehen. Hier ist davon auszugehen, vier Kilometer von der Front entfernt, dass diese Soldaten als erste Welle in die Bodenoffensive gehen werden. Live aus Beiri in Israel in der Nähe des Gazastreifens Michael Bewerunge. Vielen Dank. Ja, tausende Deutsche haben Israel bereits auf eigene Faust verlassen. Viele aber sitzen noch fest. Für morgen und übermorgen hat das Auswärtige Amt jeweils vier Sonderflüge der Lufthansa angekündigt. Auf der Liste der Botschaft stehen rund 5000 Ausreisewillige. Andere Länder wie Spanien oder Italien haben schon Staatsbürger ausgeflogen. Auch mit Militärmaschinen. Der islamistische Terrorangriff prägte heute auch das deutsche Parlament. Im Bundestag wurde mit einer Schweigeminute der vielen Opfer in Israel gedacht. Und das, was man zuletzt immer wieder häufig hörte, stand auch heute im Mittelpunkt. Nämlich, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehöre. Ines Trams berichtet. Stehende Ovationen für den israelischen Botschafter in Deutschland. Gemeinsam mit dem Bundespräsidenten im Bundestag. Als klares Zeichen, Deutschland steht hinter Israel. Die Bundestagspräsidentin spricht von beispiellosem Terror, der durch nichts zu rechtfertigen sei. Wir akzeptieren auch nicht, wenn grausamste Verbrechen gegen Kinder, Frauen und Männer bei uns in Deutschland, auf den Straßen oder im Netz gefeiert werden. Wenn Terror verherrlicht wird. Schweigeminute für die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel. Bei der Befragung der Regierung verteidigt sich Außenministerin Baerbock gegen Kritik. Das Auswärtige Amt hätte deutsche Staatsbürger zügig unterstützt. 17 Schulklassen seien bereits ausgereist, über Jordanien oder Island. Es sind auch etliche Tausend in den letzten Tagen über diese Umwege dann rausgeflogen. Währenddessen haben wir alles dafür getan, dass deutsche Airlines wieder fliegen. Und ich bin dankbar, dass das dann ab morgen auch der Fall ist, dass alle dann wieder auch direkt nach Deutschland fliegen können. Die humanitäre Hilfe für die Palästinenser sollte nicht eingestellt werden, fordert Baerbock. Nochmals würde nun überprüft, dass die Gelder nicht von der Hamas missbraucht würden. Es wäre falsch, die lebensnotwendige humanitäre Hilfe, die Versorgung von Familien mit Wasser, Essen und Lebensmitteln jetzt einzustellen. Denn auch das ist Teil des Kalküls des Terrorismus. Im Bundestag ist man sich heute einig. Parteiübergreifend wird erklärt, die Sicherheit Israels gehöre zur deutschen Staatsräson. Zur dramatischen Lage in Nahost und zur Frage, was das israelische Militär plant, gibt es um 19.30 Uhr ein ZDF Heute Live auf unseren Social-Media-Kanälen und in der ZDF Heute App und dann auch mit unserem Korrespondenten Michael Bewerunge. Durch die Eskalation in Nahost fürchtet die Ukraine, dass ihnen möglicherweise mittelfristig die Unterstützung fehlen könnte. Um ein deutliches Zeichen zu setzen, reiste der ukrainische Präsident deswegen überraschend nach Brüssel. Wie er dort empfangen wurde und welche Botschaften Volodymyr Selenskyj setzte, dazu Ulf Röller. Es kommt nicht oft vor, dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor dem Eingang wartet. Ankunft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der ist hier, um sicherzustellen, dass die NATO-Partner ihm weiterhelfen. Gerade jetzt, wo auch Israel Hilfe braucht, für Selenskyj muss beides gehen. Es war für uns sehr wichtig, nicht allein zu sein. Das hilft einem Land zu überleben und es rettet Menschenleben. Mein Ratschlag an alle Regierungschefs geht nach Israel und unterstützen Sie die Menschen, die die Terroristen angreifen. Es geht bei diesem Treffen darum, die Hilfen für die Ukraine weiter abzusichern. Denn in den USA gibt es einen innenpolitischen Streit darüber, vorerst sieht der Haushalt keine Ukraine-Hilfen vor. Stoltenbergs Solidaritätsbekundung soll beruhigen. Ihr Kampf ist unser Kampf, Ihre Sicherheit ist unsere Sicherheit, Ihre Werte sind unsere Werte. Deutschland liefert unter anderem weitere Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T und Gepard-Panzer. Das gesamte Verteidigungspaket habe einen Wert von rund einer Milliarde Euro. Und die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung, Wert rund 190 Millionen Euro. Es geht darum, die Ukraine in dem zu unterstützen, wobei sie den größten Bedarf hat. Und das ist gerade zum Winter hin die Luftverteidigung, der Schutz des ukrainischen Himmels, der Schutz der kritischen Infrastruktur, der Energieversorgung. Selenskyj hat viel Rückendeckung und Zusagen für Waffen bekommen. Denn der Ukraine steht ein schwieriger Winter bevor. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen haben die Ampelparteien eine Klatsche einstecken müssen. Und die Asylpolitik spielte da eine wichtige Rolle. Jetzt hat sich die Bundesregierung auf Maßnahmen verständigt, Migration zu begrenzen. Geplant sind Verschärfungen und Erleichterungen. Einerseits sollen Geflüchtete leichter in Jobs kommen. Andererseits sollen Abschiebungen erleichtert und beschleunigt werden. Klaus Brotbeck dazu. So wichtig ist diese Einigung der Ampel, dass der Kanzler kurzfristig selbst darüber berichten will. Eine große Entscheidung stand noch aus, an der viel gearbeitet worden ist. Nämlich ein Rückführungspaket, mit dem wir dazu beitragen, dass die Rückführung von denjenigen, die nicht in Deutschland bleiben können, effizienter, schneller, zügiger und auch einfacher gelingen kann. Der Ausreisegewahrsam soll von 10 auf 28 Tage verlängert, die Ausweisung von Schleusern und auch organisierten Kriminellen erleichtert und Abschiebungen auch bei Nacht und in der Regel ohne die bisher nötige einmonatige Vorankündigung möglich werden. Reaktionen. Vieles klingt auf den ersten Blick ausgesprochen vernünftig und nimmt vor allen Dingen auch Hinweise aus der Praxis auf. Also insbesondere von den Ausländerbehörden und von der Polizei. Und das ist gut. Das hätte längst umgesetzt sein müssen. Wir brauchen das Ausweiten der sicheren Herkunftsländer. Die Maghreb-Staaten, also Marokko, Tunesien, Algerien, aber auch Armenien und Indien müssen zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Und wir brauchen vor allen Dingen einen Stopp der illegalen Migration. Wer eine Bleibeperspektive hat, soll leichter in Arbeit kommen. Der Stichtag dafür wurde gut vier Jahre nach hinten geschoben. Für eine Beschäftigungsduldung soll nur noch mindestens 20 Wochenstunden und zwölf statt bisher 18 Monate Vorbeschäftigung erforderlich sein. Berufsschüler sollen Ausbildungsduldungen erhalten. Das ist ein Riesenschritt für die Kommunen, für die geflüchteten Menschen und vor allen Dingen für Wirtschaft und Handwerk. Die AfD kritisiert die Ampel alles zu spät. Sie übernimmt jetzt oder gibt vor, einzelne Forderungen von uns zu übernehmen, wie Abschiebung oder Sachleistung, was wir seit Jahren fordern, was sie seit Jahren blockiert haben. Und mit den Grünen werden sie das auch nicht umgesetzt kriegen. Noch muss das Gesetz durch den Bundestag. Ein wichtiger Schritt aber scheint heute getan. Afghanistan ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden und wieder hat es die Region Herat im Westen des Landes getroffen. Laut US-Angaben hatte das Beben eine Stärke von 6,3. Lokale Behörden und Hilfsorganisationen berichten von großen Schäden und etwa 120 Verletzten. Erst am Wochenende waren in der Region bei mehreren schweren Erdbeben laut Medienberichten fast 2500 Menschen ums Leben gekommen. In die USA. Die Republikaner haben Steve Scalise für das Amt des Sprechers im Repräsentantenhaus nominiert. Er gilt als erzkonservativ und war bisher der Stellvertreter. Kevin McCarthy ist abgesetzt worden auf Betreiben der Republikaner. Der Vorwurf war, er habe im Haushaltsstreit gemeinsame Sache mit den Demokraten gemacht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft. In ihrer Herbstprojektion rechnet sie mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Im Frühjahr war man noch von 0,4 Prozent plus ausgegangen. Die Ursachen sieht Wirtschaftsminister Habeck unter anderem in der Inflation und den steigenden Zinsen. 2024 soll es mit 1,3 Prozent dann wieder bergauf gehen. Für rund 1,2 Millionen Beschäftigte der Länder fordern die Gewerkschaften eine zweistellige Lohnerhöhung. Mindestens aber 500 Euro monatlich mehr teilten Verdi und der Deutsche Beamtenbund mit. In der letzten Tarifrunde hatten sie sich coronabedingt mit 2,8 Prozent zufriedengeben müssen. Die Verhandlungen starten Ende des Monats. Hans-Jürgen Piel berichtet. Sie sorgen für Sicherheit auf Landesstraßen. Ralf Wrobel ist Verdi-Vertrauensmann beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein. Ihm und seinen Kollegen geht es diesmal vor allem um einen spürbaren Inflationsausgleich. Wir merken es beim Tanken, wir merken es bei der Versicherung. Wenn Sie hier auf der Straßenmeisterei tätig sind, Sie müssen nicht immer zu dem Arbeitsplatz kommen. Sie müssen zusätzliche Spritkosten bezahlen. Da merken Sie schon deutlich. Die Tarifforderung passt zu den Erwartungen. 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro, fordern Verdi und Beamtenbund für den öffentlichen Dienst der Länder. Das Ganze bei zwölf Monaten Laufzeit. Es ist richtig zu spüren, da ist Druck auf dem Kessel und dann sehen wir mal, wie der Verhandlungsverlauf ist. Wir sind auf alles vorbereitet. Erst im April hatte die Gewerkschaft bei Bund und Kommunen Gehaltserhöhungen von mindestens 340 Euro durchgesetzt. Jetzt sollen knapp 1,2 Millionen Landesbedienstete Vergleichbares erhalten. Das ist too much, das bekommen wir so nicht hin. Und wir müssen ja auch sehen, dass gerade die Länder, die auch finanziell wirklich nicht so gut aufgestellt sind, nachher die Sorge haben, dass sie Stellen streichen müssen, Streichungen an anderer Seite vornehmen müssen, um das zu finanzieren. Mit unzähligen Warnstreiks und einem bundesweiten Ausstand im Verkehrssektor hatte Verdi im Frühjahr das öffentliche Leben bereits lahmgelegt. Und auch jetzt ist man zu Arbeitskämpfen bereit. Jetzt sind wir beim Sport. Wir sind bei Norbert, der neue Fußball-Bundestrainer hatte heute seine erste aktive Amtshandlung. Ganz genau. Vor den Spielen gegen die USA und Mexiko. Jetzt kann es richtig losgehen. Ärmel aufkrempeln, heißt es. Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Auswahl zu den ersten Trainingseinheiten versammelt. Nach der Ankunft von Nachzügler Kai Havertz ist der 26er-Kader jetzt komplett. Der neue Chefcoach und Sportdirektor Völler legen los. Beim ersten Training ist Julian Nagelsmann voller Energie, Detail besessen und er überzeugt mit modernen Trainingsinhalten. Mit dem Flick-Nachfolger ist wieder Zug drin. Nagelsmann kommt teamintern sehr gut an und ist sehr präsent bei den Ansprachen. Das, was er uns mitgegeben hat, war kurz, war knapp, war aber auch konkret und klar. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Mannschaft auch klare Ansagen bekommt. Die deutschen Gäste und Gündogan, der auch unter Nagelsmann Kapitän bleibt, bekamen dann noch von Ex-American-Football-Profi Markus Kuhn Trikots der New England Patriots geschenkt. Aber gegen die USA werden sie dann wohl doch in DFB-Shirts spielen. Deutschlands beste Handballspielerinnen tragen morgen in Wetzlar wieder Nationaltrikots zum Auftakt der Europameisterschaftsqualifikation gegen das Team der Ukraine. Die für Samstag geplante zweite Partie in Israel wurde aus nachvollziehbaren Gründen auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine ungewöhnliche Situation für das DHB-Team. Der sportliche Aspekt, der Start in die EM-Qualifikation rückt fast in den Hintergrund. Grundsätzlich diese Vorstellung, dass Krieg so nah bei uns ist, dass das jetzt auch noch in eine Woche zusammenfällt, diese EM-Quali-Spiele gegen Mannschaften im Kriegszustand, ist schon eine Ironie des Schicksals. Das Spiel in Tel Aviv kann nicht stattfinden, aber morgen geht es in Wetzlar gegen die Ukraine. Ganz schwer irgendwie auch damit umzugehen. Natürlich wollen wir versuchen, uns auf den Handball zu fokussieren. Und es ist super wichtig für uns, die EM-Quali erfolgreich zu absolvieren. Deutschland will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Zuletzt gab es sechs Siege nacheinander. Diese Serie soll möglichst ausgebaut werden. Und viertes Team in der deutschen Gruppe ist die Slowakei. Norbert Hab, vielen Dank. Sie erfahren jetzt, wie die Zahlen vom Mittwochs-Lotto lauten. 3, 16, 25, 30, 31, 42, Superzahl 3. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie dann auf lotto.ztf.de und auf der ZDF-Textseite 557. So, morgen im Süden noch schön, sonst kühl und regnerisch mehr gleich von Katja Horneffer. Um 21.45 Uhr das Heute-Journal mit Christian Sievers. Das war's von uns. Schönen Abend, schönen Dank und gerne bis morgen. Guten Abend, heute kam programmgemäß die Kaltfront hier von Nordwesten heran. Ab den Mittagsstunden begann es in Schleswig-Holstein zu regnen. Und diese Kaltfront zieht jetzt am Abend und in der Nacht weiter südwärts. Bis morgen früh wird sie die Mittelgebirge erreicht haben. Und dann passiert mit dieser Kaltfront nur noch wenig. Von Westen kommt neuer Regen hinterher. Und dann verabschieden sich die Regenwolken ostwärts. Heute Nacht ist es also in Süddeutschland noch mal klar. Lokal kann sich Nebel bilden. Und in der Kaltfront kann sich in Norddeutschland auch mal ein Gewitter entwickeln. Unter den dichteren Wolken bleibt es mild bei 11 bis 16 Grad. Kühler wird es an der Ostsee und auch in Bayern mit 10 oder 9 Grad. Und morgen wird für die meisten von uns eher ein bedeckter Tag mit Regen. In Süddeutschland bleibt es noch freundlich. Und hinter der Kaltfront lockern die Wolken im Nordosten auf. Dort liegen die Höchsttemperaturen nur so bei 14, 15 Grad. Im Süden werden dagegen 22 bis 27 Grad erreicht. Noch wärmer wird es dann am Freitag bis zu 29 Grad. Der Samstag wird dann schon sehr stürmisch, wechselhaft und gewittrig. Und der Sonntag kalt. Guten Abend. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2018